Willkommen Freunde bei Minecraft, bei Minecraft, George, ja, Michael ist da und der George ist auch da. Hallo, ja, hallo. Servus, Herr Pernas. So, ich muss mal ganz kurz hier, ich hab irgendwie Zombie-Plage vor meiner Tür. Yeah, Zombie-Plage. Waaah, komm. Alter, wie viel ich ja von meiner Wude hab? Ich hatte vorhin, äh, acht kleine Mini-Zombies, äh, vermeint. Ich hatte irgendwie, äh, alter, was ist denn hier? Ich hatte, äh, vorhin jetzt ein Creeper hier vorne. Sklatsen sie mich alle blöde an. Wollte halt mal ein Loch buddeln. Aber warum muss ich denn immer nachts anfangen, George? Ich kann auch nicht so zu. Jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, ist nachts. Und ich muss die ganze Zeit nachts bauen, also, die ganze Zeit. So schnell wie der Tag weg ist, äh, oder? Ja, ich würde auch gern, ich hab ja schon geguckt, ob ich irgendwie was Mod-mäßiges finde, damit der Tag länger ist und die Nacht kürzer. Das wäre ja mein... Hä? Wäre ja meine Idee. Hä? Ich höre einen. Ach, da hinten kommen sie wieder alle. Geh weg! Alter! Alter! Wollt ihr mich alle rollen hier? Enderman, der sieht so geil aus. In dem siehst du... Ey, goh, da... Boah, der sieht so... Die leuchten die Augen immer so schön, ne? Hm? Gerade ist die Shader immer, finde ich mal richtig cool. Hey, ich höre schon wieder was. Ah, 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 ah! Also, wie die Creepers gesehen, die sehen ja auch so geil aus, ey. So richtig schon so, die Knochen da. Keine Ahnung, so. Ich hab ein neues Gen... Warte, warte, warte. Ja, ich bin jetzt auch der Cloud. Uah! Und jetzt werde ich hier gleich wieder... attackiert. So, ich buddel mich jetzt runter hier, sonst... Kommt hier das ganze Viehzeug und das Kruppzeug wieder an. Jeder Enderman neben mir und guck mir zu, wie ich da buddelt. Na, lass ihn doch. Solange du dich nicht direkt anblotzt und der dich dann angreift, alles in Ordnung. Äh, ich hab euch, ähm... An der Brücke eine Kiste hingestellt, da könnt ihr euch, äh, Pilzsuppen holen. Ja, das hab ich gesehen. Könnt ihr euch alle Pilzsuppe trinken oder seid ihr glücklich? Ja. Oder benebelt, eins von beiden. Oh. Habt ihr euch irgendwie schon was überlegt? Wächst ein gemeinsames Projekt, das wir hier machen können oder so? Irgendwas bauen? Ah, mal überlegen. Auch nicht. Jojo. Jojo. Es gibt so vieles, äh. Kannst nicht. Ja, das ist schlimm, aber irgendwelche Mods, die wir noch einbringen können. Ich hab jetzt schon geguckt, äh, wegen Kisten verschließen und so, dass aber alles... Äh, 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 alles auf 1.7 noch was. Das ist immer ein bisschen kacke. Weil ich will ja irgendwas mit 1.8 haben, wo unser Server ja draufläuft. Ja. Tidididim. Tidididim. Da muss man hier die Musik ein bisschen leser drehen. So. Tidididididi. Kriegt grad Tinnitus. Bei wem sind die kleine Kinder? Das scheint bei mir draußen zu sein, hier. Rett das Volk draußen rum noch. Bei mir gibt's jedenfalls noch Kinder. Bei mir sind sie alle also offen. Oh, 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 oh. Habt ihr eigentlich schon mal geguckt, für was das Granit gut ist? Nö. Ich hab auch noch nicht geguckt. Kann mal gucken gehen. Für alle, die jetzt zugucken und ich denke, hä, die wissen nicht, wofür das Granit ist. Wir sind nur die Playstation-Version gewohnt. Yeah. Like a Noob. Like a Noob. Like a Noob ist das für 40. Von nur mehr Kraft. Alter, ich find hier aber auch keine Höhle. Ich buddel mich hier dumm und dämlich. Nö. Ne, von meinem Haus war eine Höhle. Weiter nach links und dann Ding und dann rechts und dann einfach abbiegen und dann plötzlich die Höhle. Das ist mir auch gleich ein besseres Wort. Ich wollte eigentlich genau neben dem Haus eine Höhle haben, aber Arschlecken. Mir gibt gleich die letzte Spitzhacke auf hier. Da hab ich auch kein Eisen mehr und ich find aber auch nischt. Du kannst ja auch an meinem Haus gehen, da ist auch noch ein bisschen Eisen drin. Mit der Box. Irgendwann. Joa, guck ich gleich mal. Hä, bist du unter mir irgendwo? Ne. Ich hab da mit einem kleinen Haus gemacht. Ich hab da mit einem kleinen Haus gemacht. Achso, war eben nur eine Art Grafikfehler oder so. Ah, wie soll die spannende Musik bei mir im Hintergrund und ich buddel einfach nur dumm. Oh, da ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Jetzt hab ich Kies gefunden. Da leckt mich doch im Arsch. Ich will irgendwas Brauchbares hier langsam haben. Ich seh schon, wenn wir das jetzt ein Jahr zocken, dann haben wir übelst das Tunnelsystem. Die ganze Welt ist unterbuddelt. Oh, ich hab was gefunden. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Jetzt hab ich noch keiner gemacht, ey. Ah, Hexe, Hexe. Hä, wo ist denn die? Ach, da oben. Scheiße, jetzt hätte ich einen Bogen haben müssen. Wer hätte die alte da oben runtergeholt? Ich muss mich sowieso mal hier neu bestücken. Die hat mich beworfen. Ja, wo ist die? Die blöde Kuh. Mit Kot? Mit Kot. Spiel mir Glied mit Kot. Ah, guck, ich kann mir sogar einen Bogen basteln. Kommt da nur darauf an, wie das war. Warte mal, da muss ich... Ich glaub... So, so. Nee. Wisst ihr noch, wie ein Bogen ging? Äh... Äh... Ähm... Äh... 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 Ja, genau so. Ich weiß es nicht. Ich hab da noch einen. Aber... Scheiße, wie... Wie baut man einen Bogen? Braust... Ich hab da noch eine Olle gesagt. Äh... Äh... Dank an deine Olle. Das hört sich an. Dank an deine Olle. Das hat sich halt gehört. Das sieht man aber am Let's Play. Ja. Hahaha. Ich weiß. Und sie guckt es zuerst, ey. Oh Gott. Das wird auch nix. Hä, wie war das nochmal? Drei Stück, sagst du? Ja. Ganz links, also drei und dritte runter. Eins nach oben, eins in der Mitte, eins nach unten. Warte mal. Ich bin schon wieder Begriffsstutz. Ich hab jetzt einfach einen ganz links unten, einen in der Mitte und einen ganz rechts oben. Ja. Ja, und den Faden? Äh, das ist ja... Das ist für den Faden, meine ich doch. Ach so. Wenn es Diki muss oben in der... Oben... Ganz oben in der Mitte ein... Unten... Und ganz rechts dann... Ah. Nein. Nee. Hä? Ich raff's nicht. Vergib mir, ich mach's. Ja, ich willst ja auch wissen, wie es denn im Endeffekt geht. Ich hab jetzt oben einen, ganz rechts einen Stock und unten einen Stock. Aber, äh, äh, ganz rechts, aber in der Mitte, gell? Warte mal. Alter, ich raff's nicht. Also ich hab jetzt alle drei Stöcke in der Mitte. Und den einen schiebst du... Dann schiebst du einen grad rüber. Welchen? In der Mitte. In der Mitte nach rechts. Die sind doch alle in der Mitte. Ein nach oben, einen nach unten und einen nach rechts. Hatte ich doch schon jetzt eine Zeit. Da geht aber nischt. Ach, ich geb's auf. Ich geh ohne Bogen da runter. Ich hab leider keinen Faden. Ja, und ich krieg das Ding nicht hin. Scheißegal. Geh ich halt ohne Bogen. Hab ja noch den kaputten Bogen, der reicht. Alter, leck mich doch im Arsch mit dem scheiß Bogen, ey. Ah, wie geil. Ich hab's nicht vor mir. Ich hab's mir noch nie angeguckt. Und ich kann's jetzt nebenbei das Fenster nicht öffnen. Jetzt denken sich alle, oh, ist der blöd. Oh, der kriegt nicht mal einen Bogen hin. Ich würde auch jetzt keinen Bogen hinkriegen, wenn ich jetzt mein Ding gesagt hätte. Ich würde auch da rum burschen, ey. Hä, Bogen, Bogen. Jetzt ist sie weg. Weil's zu lange gebraucht hat. Ich hab keine Spitzfacken, verdammt. Ich hab nur meine kaputte. Neue machen, Tratsch. Oh, die Ziquietsche von den Fledermäusen geht mal auf den Kranz. Quitsch, 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 quitsch. Ah, die kann auch nicht. Okay. Hier ist Obsidian und hier ist ne Fackel. Hier war einer von euch Arschen schon. Hier ist ja alles voll mit Fackeln. Ich hab keine Ahnung, wer der war. Der war bestimmt der Michel wieder. Und der kichiert sich jetzt die ganze Zeit dann rein. Hihihihi, die dumme Sau, da war ich schon. Hihihihi. So ist er, der Michel. Das ist nämlich ein ganz hinterlistiger. Der, deswegen hat er auch bestimmt das Mikro gerade aus. Oder es funktioniert gerade nicht mit dem Mikro. Oder das? Na, ich hab mein Mikrofon auch geschalten gehabt und hab vergessen, wie er einzuschalten. Ah, also hast du ja ganz als Selbstgespräche geführt? Oder wie? Ja. Ich hab mal gedacht, war der Pris-Kanon-A-Sahe da. Rekt keiner mehr mit mir. Bin mal gespannt, wann die anderen kommen. Wie spät ist denn das überhaupt? Oh, ich muss mal kurz auf die Uhr glotzen. Alter, so spät schon wieder. Oh, wie schon wieder 18 noch was. Äh. Ich bin heute, also heute ist der Freitag, bin extra schon mal früher online gekommen, weil sich so viele bei Twitter gemeldet haben. Hab auch einige eingeladen, aber irgendwie ist keiner gekommen. Wir hatten es vorhin, wir hatten es vorhin ja gehabt, der, äh, ob jemand schon immer drauf war, mal an der Ding, äh, oder so nö. Ja, wo kann ich, wo kann ich, wo kann ich, wo kann ich, oder? Ja, da war keine Sache da. Hm. Wie sie alle mal schreien hier, hier, hier und dann ist keiner da. Kommt, da kommt dann der Auge, Puh, Puh. Oh mein Gott, der redet bestimmt. Mein Gott, die anderen weg, die jetzt schon ins Bein kommen. Das war was, der Kopper da. So. Ich, äh, hab jetzt da unten rumgeguckt, da war schon jemand, hab mir umsonst dieses Scheißding hier gebaut. Michael ist schuld. Da wusselt doch schon wieder einer hinten rum beim Haus bei mir. Ach, es ist ja noch Tag, wie geht denn? Ach, Alter, was ist denn hier los? Warum ist der Tag heute so lang? Michael? Michael? Ja? Hast du Eisen? Äh, ja, ich hab viel Eisen. Darf ich mir was abholen? Oh, freilich. Oh, freilich. Ja. Du bekommst von mir auch diesen kaputten Bogen. Was da machen, vergehe ich. Oh, ich. Von Lager am Bauer. Eisen, da hab ich's Eisen. Oh, dankeschön, ich schmelz mir selber. Darf ich mir ein 64er mitnehmen? Ja, ich hab auch noch. Dankeschön. Auf geht's. Auf zu meinem Schmelzofen. Ich hab ja eben grad noch ein bisschen Kohle gesammelt und dann ist das ganz praktisch. Pop, pop, pop. So schnell nach Hause, es wird dunkel. Es wird dunkel. Jetzt. Ja. Dunkel. Dunkel. Oh, mein Dammt. Ich muss in den Dunkeln bleiben. Nicht gut, mein Dunkel. Mach das schwarze Mann jetzt. Das ist aber ein bisschen rassistisch. Ich hab mich den schwarzen Mann vereint. Ja, 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 ja. Äh, was hab ich denn hier? Schwarzpulver hab ich wieder so viel gesammelt. Durch die ganzen Kribis. Äh, 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 äh. So, ich denk mal in der nächsten Folge hab ich raus, wieviel das Granit da ist. Oh, bestimmt. Darf mich auch mal interessieren. Joa. Ja, was wollte ich jetzt noch? Irgendwas wollte ich. Irgendwas wollte ich. Ich weiß es nicht mehr. Ach, hier die Karte. Oh, die ist schön. Ich hab mir die Karte übers Bett gehangen. Ja, ich hab's gesehen. Was ist denn da für ein großer Platz? Hä? Genau, am Wasser? Baut einer von euch am Wasser? Ja, ich auch. Was baust du denn da für einen großen Platz? Äh, soll ein Ding hinnehmen. Ein Ding? Äh, ein Kotor. Ein Dirtschding? Ein Dirtschding, ja. Dirtschstatue, immer da. Hm. Oh, wie schön der Mond hier scheint. Habt ihr heute die Sonnenfinsternis gesehen? Aber Michael hat's gesagt. Äh, ja, er hat's gesehen. Ich hab gepennt. Und du, Dirtsch? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab gearbeitet. Ich war auf der Arbeit. Ich war auf der Arbeit. Ich hab geschlafen. Ich war in der Halle, ey. Ich hab schön Deidei gemacht. Hau mal! Alter, das Kaninchen hat leuchtende Augen da hinten. Ich hab auch den Stein ins Meer gehabt. Da leuchten mich die Augen rot an. Michal, Michal, Michal. Mir sind sie ganz viele Zoumbies. Renni die! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Ich, ey. Da gab man einen Kolben. Was, du hast einen Kolben? Du altes Sau. Da gab man den. Äh, wen, was genau? Warte, warte, warte. Da ist Pisten oder Kolben oder wer. Hoffende Kolben. Äh, pff. Ich werd mich sowieso mal nebenbei, ich denk mal an eine Aufnahme, so auf meinem rechten Bildschirm vielleicht anzeigen lassen, irgendwelche Crafting-Dinger. Dazu wird das hier echt nischt. Also ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Wir sind ja grad mal in Folge. Keine Ahnung was. Und ich denk mal, so kommen wir auch nicht voran. Oh, kann sein. Machen wir folgen, Päuschen. Wir sehen uns nachher wieder. Tschüssi! Tschüssi! Michal! Wir süßen Becken. Michal! Mehr Mädchen bitte. Kommt her. Sag Tschüssi, Michal! Ist wieder eingepennt. Der hängt im Bierglas, wenn ich's grad. Richtig.